Hey und willkommen zu einer Runde Minecraft Time. Vergesst dich zu bewerten, viel Spaß. Und diesmal wirklich nicht vergessen zu bewerten. Ich gucke immer, die Minecraft Time Parts haben immer so um die 20.000 Aufrufe. Mal mehr, mal ein bisschen weniger. Aber liken tun irgendwie, also gefallen tun die Parts immer irgendwie nur so um die 800 Leute. Das muss sich ändern, meine Freunde. Also cool wäre irgendwie eine Rate von 10%. Also wenn jeder zehnte mal eine Meinung zu dem Part abgibt, sprich mit einer Bewertung, würde ich mich auf jeden Fall freuen. So, sorry, dass ich das immer ansprechen muss. Aber manche vergessen es, manche sind zu faul, manche haben keinen Bock. Und ihr seht schon, das Labor hat sich ein bisschen geändert. Ich habe gestern auch wieder ein bisschen gelivestreamt, weil ich dann immer so ein paar Sachen nebenbei mache. Obwohl es auf Entfernung verschwimmt, die ganze Struktur immer so ein bisschen. Aber ist egal. Ich wollte halt mal ein bisschen was anderes machen als sonst. Normalerweise habe ich immer arschglatt die Wände. Diesmal haben die sogar eine, wie soll ich sagen, eine Fuge drin. Also ich habe mit Chisel und Bits dann eine Fuge reingebaut, damit es ein bisschen cooler aussieht, detaillierter. Hat noch einen anderen Hintergrund. Ich würde ganz gerne manche Stellen vielleicht alt auch sehen lassen. Und dann kann man hier so Bricks durchscheinen lassen. Müsste ich mal gucken. Ansonsten haben wir jetzt hier coole Terminals. Drei Stück, wenn man hier zu dritt craftet. Hier hätte man natürlich auch noch ein Zehn machen können. Aber ich wollte den Raum jetzt nicht hundertprozentig gleich machen. Obwohl, da könnte echt noch ein Zehn. Muss ich mal gucken. Weil in die Ecke soll noch was anderes. Vielleicht ergibt sich das dann ja. So, Licht aus. Geht immer nur halb. Leider. Aber ich habe unten noch was. An der, warte mal. Ich zeige nochmal ganz kurz hier. Geht jetzt gerade in großen Schritten los. Okay, da ist eigentlich alles cool. Gehen wir mal hier hoch. Genau, hier habe ich die Channels jetzt endlich mal richtig hinbekommen. Da Ende auch das Ganze wieder geändert hatte. Hier geht es dann weiter zu der Stromversorgung. Damit die Lampen und der Grinder auch noch funktionieren, wenn der große Reaktor nicht mehr geht. Hier ist eine Iron Glass Door. Die geht natürlich nur mit einem Schalter auf. Da kommen noch ein paar Waffen rein. Und dann haben wir hier die Steuerung. Geht jetzt auch wieder Licht. Alles dunkel. Grinder. Dann bewegt sich der Grinder. Und die Ventilatoren. Dann drehen sich die Ventilatoren. Er ist glaube ich gerade in dem Bereich, wo nichts passiert. Okay, Grinder und Licht. Ne, warte mal. Und Ventilatoren aus. Hä? Da wäre es gerade gestorben. Warte, Ventilatoren nochmal an. Jetzt ist er gestorben. Okay, das machen wir später. Dann auch noch eine ganz coole Änderung. Warte, ich kann eigentlich mal zurückspringen. Reaktor. Ne, gar nicht. Tunnel-Same. Da, Labor. Und zwar darf ich Ihnen mit Freude vorstellen der Fahrstuhl. Einmal zum Labor. Also das hier oben. Und unten ist der ME-Kern. Hier kommt natürlich noch eine Sicherheitsschleuse rein, weil bringt nichts, wenn vorne eine Sicherheitsschleuse ist. Dass man aber dann hier unten durchgehen kann mit der Stufe 2 oder 1. Whatever. Und ihr seht schon, wir haben endlich diese Lamps drin. Deswegen wollte ich Project Red drin haben. Und da sind wir. So, ähm, hier passiert noch einiges. Ich denke mal, die, der Tower, der wird im nächsten Part gemacht. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch dann. Und ich musste auch nochmal einen, so einen Crafting Tower umbauen. Weil da waren zu viele Interfaces drin, nämlich nicht alle an den Mann gebracht. Und ich habe auch einige Rezepte schon angelegt, so dass wir quasi alles fast bestellen können. Also nicht alles, aber die Sachen, die wir brauchen. So, dafür haben wir ein ME-Interface. Gerade muss ich nur ein paar Disketten rausnehmen. Aber ihr seht schon, hier ist einiges drin. Oh Mist, die Lampe. Nein, die Lampe ist weg. Also das Lampenrezept ist weg, um es mal genau zu sagen. Ah ne, da war es, lol. Habe ich da nicht gesehen. So, dann machen wir das hier drüber. Das ist quasi für die Lampen. Wenn andere Lampen hinzukommen, packe ich die dann hier hin. Und alles, was hier drin ist, kann man bestellen. Das ME-Interface ist quasi für alle Interfaces in der ganzen Basis. Werden da aufgelistet. Mach's gut. So, was bauen wir heute? Heute hätte ich ganz gerne mal die Mobfarben ein bisschen umgebaut. Und das Labor ein bisschen upgegradet. So, dafür holen wir den Aloysmelter raus. Wir brauchen noch Buffer. Eigentlich könnte man den... Ja, komm, den legen wir an. Jetzt geht's nämlich los. Wir legen jetzt alles an, ähnlich wie bei Gronkh. Wird jetzt alles angelegt. Chests hatten wir sowieso schon drin. Iron Ingot ist klar. Electrical Steel. Ist sogar in der automatischen Bestell-Order drin. Das heißt, wir können auch das alles bestellen. Zack. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Item. Conduits. 35 nur noch. Müssen wir in die automatische Bestellannahme packen. Voll gut. Oh, das ist aber ein bisschen aufwendiger jetzt. Oder Conduits. So, das machen wir da raus. Das machen wir da raus. Jetzt bräuchte man einen aus Rezept oder beziehungsweise einen Ofen, der solche Sachen macht. Allerdings kann ich den auch gar nicht bauen. Nein, wir haben... Nein! Wo ist denn mein Clay? Nein! Problem war gewesen, der Heiko hatte im Livestream ein paar Disketten kaputt gemacht. Und war natürlich ärgerlich, weil wir da auch im Kreativ gebaut haben und... Deswegen. Und nein, hier ist noch nichts in Kreativ. Also, was heißt Kreativ? Also, wir haben keine Kreativzelle. Hier ist alles noch per Hand. Per Hand. Per normaler Stromversorgung. Der ganze Strom, der hier verbraucht wird, ist auch wirklich hergestellt. Weil einer war wieder beleidigt, weil wir im Kreativmodus gebaut haben. Finde ich immer so super witzig eigentlich. Hab ja nicht schon 700.000 Mal hier alles gemacht. So! Das heißt, wir können hier... Zumindest das schon mal anlegen. Dann müssen wir nur noch gucken, dass die anderen Sachen nachher automatisch gebraten werden. So! Äh, gute Frage. Nuggets. Conduit. Und... Jetzt kann man zumindest ansatzweise das bestellen. Wenn man hier auf Craft geht. Komm, mach mal 30, vierte Stück. Start. Und wenn man dann Conduit guckt, sind die schon fertig. Also viel geiler als Kreativmodus. So, was brauchen wir noch? Wir haben die Dinger. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Item-Buffer. Wie viel haben wir denn? Item-Buffer konfiguriert. Okay, warte, wir machen mal... 10. Komm! Guck mal, der muss 30 electrical steel craften. Gefällt mir. Und 30. Ander, das hat er. Okay, Start. Start. Wir starten. Ja, die anderen kommen jetzt nach und nach. Ach, genau. Da fehlt noch irgendwie ein Terminal, wo drin steht, was gerade gecraftet. Ander, warte mal. Das ist ja hier drin. Crafting-Status. CPU 0. Ich glaube, ich habe nur zwei CPUs und ich craften, ne? Zwar hat er richtig dicke CPUs, aber trotzdem ist das sehr wenig eigentlich. Gefällt mir nicht, ey. So, warte mal. Wir bauen jetzt hier erstmal noch ein paar Öfen hin. Ne, gar nicht. Die sollen auf die andere Seite. Sprich, wir müssen da einmal kurz rübergraben. Sind halt die Öfen, wo man eben, wo man mal eben irgendwelche besonderen, ja keine besonderen, aber Crafty-Rezepte, die man mal eben baut. Da kann man dann mal eben solche Sachen reinwerfen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 frei. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann auf der Höhe. Bin ich richtig, oder? Ja. Hier, ne? Ja. Wenn wir so einmal hochspringen. Ja. Alles klar. Ja. Das ist jetzt die Leitung, die aus den Maschinen alles wieder raus trans befördert. Aus den Maschinen wieder alles raus fördert. Sollen wir das hier hinbauen? Ich weiß es ja nicht. Sieht eher aus, als ob man hier so eine kleine Ecke hin machen kann, wo die Leute Pause machen. Ich glaube, das mache ich da auch hin. Das mache ich da auch hin, Alter. Dann lieber da hoch. Also wir gucken mal. Das Ganze wird sich da wahrscheinlich noch alles verändern. Je nachdem, wo man da hin möchte mit. So. Das heißt, alle Sachen haben jetzt schon mal einen Anschluss. Müssen wir jetzt noch einstellen. Extract always active. Dann geht es ja da rein. Machen wir einen Item-Buffer hin. Item-Buffer not painted. Strom brauchen wir gleich daneben. Da kommt dann nämlich ein Transceiver hin. Da kommt dann Insert dran. Ach lol, da sind sogar Sachen in der Maschine schon drin. Okay. Perfekt. Dann kommt hier der Alois-Melter. Ja genau, ist parallel zu dem Ding. Ich meine, klar ähnelt es natürlich jetzt dem Aufbau von After Humans, aber trotzdem ist irgendwo immer noch ein kleiner Gimmick versteckt. Extract. Und Atem-Buffer. Ich weiß gar nicht, ob die noch konfiguriert waren drüben. Ja, der Bug ist immer noch... Ja genau. Warum hat der den denn genau da reingeworfen, Mann? Alter. So, Item-Buffer müssten ja dann hier drin sein. Item-Buffer. Acht Stück sogar. Also eigentlich sind alle fertig. Gut. Und Item-Buffer sind eigentlich nur Kisten, wenn man so möchte. Die alle... Also die irgendwie ein bisschen cooler aussehen, meiner Meinung nach. Achso, der war schon konfiguriert. Ne, warte mal. Push. Push the Button. Ah genau, automatische Crystal-Charge-Anlage bauen wir auch noch ein bisschen aus. Machen wir wahrscheinlich vielleicht im... Obwohl, das können wir vielleicht im nächsten Part machen. Würde sich, glaube ich, mehr lohnen, wenn man so ein bisschen mehr auf das ME-System geht. Genau, warte, kann man das irgendwie testen? Ah, guck mal, die braucht man gar nicht konfigurieren. Okay. Nur was oben reinkommt, das ist wichtig. Und hinten machen wir mal aus. Ah, ist sogar, gut. Das auch rein. Und... Auch rein. Jetzt müssen wir nur den... Ah genau, hier ist noch ein Fehler drin. So, das sind die Atem-Buffer mit den Öfen. Genau, da soll jetzt ein Transceiver hin. Ich glaube, ich habe sogar noch welche. Ja genau, ich habe ja ganz viele abgebaut da hinten. Ah, hier, guck mal. Ich weiß doch gar nicht, warum die kaputt gehen. Wenn ich den zerbrechen irgendwann mal, dann sollte ich den vielleicht mal nehmen, der am kaputtesten ist und den einfach stehen lassen. So, die Theorie. So, das da zu. Ich überlege gerade, wo der Obelisk für Kristall hin soll. Äh, für... Bester Satz. Okay, warte, was machen wir denn noch? Wir brauchen eigentlich noch... Ah, wir brauchen hier noch ein ME-Kabel dran. Das Blöde ist, es gibt hier noch keine ME-Kondoids. Also bei After Humans hatten wir Kabel, die vom ME-System auch in der Form waren. Die gibt es noch nicht in der 112. Wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Schade eigentlich, aber kann man nichts machen. So, Strom und Items kommen von dort. Da rüber. Und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, da oben her. Obwohl, irgendwie schon. Ich hätte ganz gerne hier oberhalb, ähm, was, was, was man sieht. Und Insert. Ja, sieht doch gut aus. Das ist jetzt unserer... Warte mal, der sendet. Soll der Strom senden? Nein, ne? Der soll gar nichts mit Strom machen. Deswegen ziehen wir den dann nochmal runter. Zack. Und er bekommt alles von der Monster Farm. Aha! So, Monster Farm kriegen wir schon mal alles. Energie an sich. Die haben wir angeschlossen, damit der läuft. Und das andere geht da rein. Dann brauchen wir jetzt noch ME-System. Das ist gerade ein bisschen kompliziert, auch für meine Bier, ne? Plus NBT. Was ist das denn? Ah, hier Smart Kabel. Oh, wir haben noch welche. Cool. Wir müssen auch unbedingt mal in den Auto-Crafting-Gedöns rein. Und Import-Bus mit Acceleration-Cards. Mehr habe ich nicht mehr. Genau, die müssen wir alle mal anlegen, damit das auch lohnt, äh, funzt, lunzt. Und dann haben wir eh bald den... Warte, ein, zwei, drei. Okay. Der Gerät an. Und da brauchen wir jetzt natürlich noch Anker. Aber es ist halt immer so schwer, wenn man alles soweit im Kopf hat. Mit dem... Komm nur mit Fassaden, ey. Äh, die machen wir aber doppelt mal, glaube ich. Aber man kann ja so halb reingucken. Man muss auch von... Gut aussehen, wenn man halb reinguckt. Und dann noch Cable. ME-Dense-Cable-Cable-Black. Müssten eigentlich die sein, die hier sind. Ah, genau. Okay. Naja, passt, ey. Äh, öh, bitte? Okay, wollte ich zwar nicht da haben, aber okay. Lassen wir mal. Jawohl, geht. Ich dachte eben, da könnte man besser durchgucken. Schließt aber trotzdem ganz gut ab. Lassen wir so. Laboratory Blocks. Da haben wir sie. Wollen wir direkt zumachen. Painting Machines haben wir hier. Das ist schon mal gut. Hier ist alles klar. Äh, reinziehen müssen wir dann ein bisschen schneller. So, automatische Importierung ins ME-System steht auch. Jetzt muss man nur gucken, dass wir das andere Ding da hinten umändern. Und hier noch einen XP-Obelisken irgendwo hinbauen. Ja, vielleicht hierhin mit einem Amboss und... Also müssen wir mal schauen. Machen wir hier erst mal zu. Da können wir theoretisch... Da warte mal, da fehlen Stromkabel. Lol. Conduit. Ah, davon haben wir noch eine Menge, Alter. So, ziehen wir direkt mal rüber. Also die Höhle wird auf jeden Fall cool. Wir werden auch demnächst mal im Wohntrakt was bauen. Und nicht nur hier die Maschine, sondern im Wohntrakt ist auch viel mit Optik. Optik. So, das wird zugemacht. Obwohl, nein. Ach, nee. Da müssen ja noch die Leitungen rein. Egal, machen wir später für... Wie heißt es für den XP-Obelisken? Haben wir denn jetzt hier auch drei zur Wand? Eins, zwei, drei. Hier haben wir nur zwei zur Wand. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und... Oh, nein. Oh, nein. Geht das denn überhaupt? Ah, doch, da loh, da fehlt einfach eine Wand. Aber wenn man guckt, dass ihr passt. Aber der Abstand hier passt nicht. Da müsst ihr jetzt noch einmal... Ah, verstehe. Ich mach mir mal ganz kurz hier so eine Erinnerung rein. Erinnerung an die Decke. Kennen da ja? Wenn ihr mal irgendwie einen Raum habt, den ihr unbedingt tapezieren wollt, dann reißt es schon mal ein Stück Tapete ab. Dann bleibt da... Bleibt es im Kopf. Nicht, dass ihr es vergesst wieder mit dem Tapezieren, ne? So. Aber ich würde mal sagen, das war es dann soweit von der heutigen Folge Minecraft Time. Nächstes Mal machen wir vielleicht ein bisschen Deko-Kram in dem anderen Trakt. Mal so zur Abwechslung. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von Minecraft Time. Tschüss. Tschüss.